Lustig, der Danny verkackt in COD! Was geht Leute? Mein Name ist Lotus, Danny B-B-B-Wirnitsch. Willkommen zu meinem achten Game. Hier, achten? Äh, ja, mein achtes Game. Ich werde meine ersten zehn Gameplays aufnehmen, egal wie sie ausgehend werden. Meine ersten zehn, das ist mal ein kleines Special hier, Advanced Warfare. Ähm, ich kann euch kurz mal die Klasse zeigen. Ja, das war die Klasse. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Äh, war auf jeden Fall eine atemberaubende Klasse. Ich hoffe, sie gefällt euch allen. Ja, wir spielen heute Herrschaft das erste Mal. Ähm, in den anderen Spielen war ich ja leicht angepisst, aber das ist ja halt am Anfang so. Dieses Spiel muss man lernen. Ich sag's euch, dieses Spiel muss man lernen. Ihr müsst es zocken, 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 zocken. Und, ja, dann werdet ihr gut. Aber ihr müsst es zocken und zocken und zocken und zocken und zocken. So, wir spielen Herrschaft. Äh, das Spiel hat schon begonnen. Ich werde die letzte Flagge nicht einnehmen. Ähm, ja, Spawntrappen wird wahrscheinlich möglich sein. So, mal sehen. Die spawnen bestimmt alle hier, ne? Ich hab keine Drohnen oben, leider. Aber wie... Oh, das ist die Dreierbürstwaffe. Sorry, hab ich vergessen. Die Dreierbürstwaffe hab ich vergessen. Ich hab einfach gedrückt gehalten, aber ich muss ja in den Burs schießen. Ja, wie ist so, mein ich das. Ist eine meiner Lieblingswaffen bis jetzt. Also ist eine sehr schöne Waffe. Oh, shit. Ich glaube, viele haben das Perk. Oder das, der Perk. Den Perk, keine Ahnung. Gott, dieses ganze Luftgekämpfe, Alter. Komm schon, Alter. Schiebt ihr das in den Arsch, Mann? Oh, mein Gott. Die spiel's auf PC auf jeden Fall einfacher, glaub ich. Weil auf PC kann man besser zielen. Das ist auf Konsole wirklich super, super schwer, da irgendwas zu treffen dann, wenn die immer so rumhüpfen. So, hier kann man nicht durch, alles klar, wissen wir Bescheid. So, ich glaube, das müsste das zweite Mal sein, dass ich hier... Ja, auf jeden Fall, ich bin schon wieder tot. Scheiße. Oh, okay, okay, alles gut. Ähm. Okay, bravo ist das Wichtigste, das ist wahrscheinlich so geblieben. Bravo ist die Mitte. Dadurch kann man diese ganze Spawn-Getrappe machen. Da oben ist jemand, der ist tot. Was sehr schön ist. Wenn man hier lang gehen. Oh, das ist ein Teammate, okay. Ich vergebe dir, wenn du nicht, dass du mich angeschossen hast. Danke, Mann, Teammate. Ich bin so glücklich. Wann du mir vergibst? Wir haben weh verloren. Ich hab übrigens Vorräte mitgenommen, aber ich denke, ich bin da zu blöd, um zu spielen. Bin da richtig, äh, ich weiß nicht. Ich bin halt sauer, wisst ihr, ich bin sauer gerade wegen den letzten Spielen. Ja, und da kann jetzt passieren, dass ich halt oft sterbe. Da pass ich jetzt immer sehr oft, dass ich einfach mich nicht mehr fokussieren kann. Aber ich muss damit leben, ich bin grad nun mal sauer und ich kann nix dagegen tun. Ich kann nix dagegen tun. Es bringt nix, wenn man sauer ist, wenn man dann spielt. Es bringt einfach gar nix. Verpiss dich, Alter. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich hier gerade tue. Oder von wo sie kommen können. Ich kann auch gar nicht denken gerade. Gut, jetzt kommen einige vielleicht damit, dass ich eh nicht denken kann. Aber ja, das stimmt. Haben sie auf jeden Fall recht. So, ich muss warten. Ich muss gucken, von wo sie kommen könnten. Von da oben kommt die... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Von da hinten, okay. Er hatte die AK, ich glaube 47 oder sowas. Ah, nee, ich weiß gar nicht, wie heißt. Feindliche Drohne online läuft. Bei der Drohne. So, konzentriere dich. Oh mein Gott. Was zum Teufel geschieht hier gerade, Mann? Ich vermisse meinen PS4-Controller. Dieses... Dieses schicke... Oh, dieses schicke Design. Dieses schicke Design mit diesem schönen... Knüppeln, an dem ich immer spielen kann, Mann. Beide Knüppel immer... Ich will gar nicht über diesen Sexy-Controller reden. Stopp, Mann! Ja, wir haben C verloren. Läuft. Was war... Hab ich? Komm schon, ich hab ein 4 zu 6. Ganz ehrlich, ich will das gar nicht uploaden, ey. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu sauer, Mann. Ich bin zu sauer. Mal sehen. All vorgesichert. Nice. Oh, ich schwätze zu sehr. Gott, ich will mich duschen gehen. Gott, ich will mich duschen gehen! Ich weiß nicht, was damit duschen zu kommen hat. Ich weiß es wirklich nicht. Meine Freundin sitzt gerade neben mir und beobachtet mich. Was soll ich hier sagen? Lach nicht. Wir verlieren Alpha. Okay, was ist das? Was bist du, Mann? Von wo kommst du? Bist du irgendein Ding aus dem Weltall oder was? Scheiße, ey. Findest du witzig, ne? Ja, lustig! Lustig! Der Danny Vercocked in COD. Ist wohl nicht mehr so einfach, oder? Ist das neue COD? Nein, ist es nicht. Gut gemacht, Atlas. Ach du Scheiße, mir ist so warm. Ich... Meine Hände schwitzen auch so. Und dieser komische Scuff Control mit diesen zwei Knüppeln da hinten, Alter. Keine Ahnung, was die da suchen, Mann. Guck mal, die da zwei Knüppel hinten. Was suchen die dort, Alter? Scheiß Knüppel, Alter. Alles deine Schuld, Mann. Ich nehme erst gleich den normalen Controller wieder, Mann. Ja, das war mein achtes Spiel. Achtes Spiel. Sorry für dieses kleine Missverständnis. Kann mal passieren. Aber ich habe ja versprochen, dass ich erstens den Gameplay aufnehme. Und... Ja, das war ein kurzes Gameplay. Ich freue mich drüber, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe die Schnauze voll. Aber ich muss noch zwei spielen und dann habe ich endlich meine... Da kann ich endlich üben. Dann werde ich auf jeden Fall üben und beim Roadtokumenter werde ich besser sein. Ich freue mich, dass ich vor dem Roadtokumenter noch ein bisschen üben kann. Weil, eh, keine Sorge, ich werde beim Roadtokumenter definitiv besser sein. Ich kenne dieses Spiel null. Also quasi gar nicht. Deswegen. Aber ja. Ich lerne es. Genauso wie andere Sachen. Denn wir müssen alles lernen, wir Menschen. Denn so funktioniert das Leben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wer hat nicht vergessen, was euch gefallen hat. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.